Kleine Info am Anfang, ich habe in meinen YouTube Analytics gesehen, dass knapp 65% von euch da draußen meine Videos schauen, die nicht abonniert haben. Deswegen bitte ich euch da draußen, liebe Leute, ein bisschen Support wäre mega nice. Ein kostenloses Abo da zu lassen, würde mich auf jeden Fall mega supporten. Jetzt geht's los mit dem Video. Ich push rein. Der ist oben, der ist oben. Kommt rein, kommt rein, macht die Türe zu. Ich schlag gerade einen tot. Der hat eine Granate in der. Oh Gott, hatten die alle eine Granate? Und was geht ab, meine Überlebenskanzler? Und willkommen zurück zu einer weiteren DayZ-Folge. In der jetzigen Folge sind wir wieder auf dem German-DM-Mod R420-Server. Ihr wisst, das ist mein absoluter Favoriten-Server. Wir haben auf jeden Fall in dieser Folge ziemlich viel Action und ich habe auch in diese Folge ziemlich viel Action reingepackt, dass es einfach nicht zu langweilig wird. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Bleibt bis zum Ende dran. Jetzt geht's los. Sag, sag, wenn du da bist, dann öffne ich die Tür. Mach auf. Nice. Alle wieder beisammen. Finde ich gut. Ja, ich sehe das nicht. Ich muss mich gut relocken. Oder? Nee. Scheiße. Alle wieder zusammen. Mach ich lieber nicht. Oh Mann. Ich bin wieder die rotere, die Alte. Ganz toll, ne? Die magst du ja so. Total. Wie kannst du dir empfehlen, wenn das nicht bei dir verpackt ist? Nee, ich habe eine. Entweder einen Tower rein, auf den der Typ, der auf Aslan geschossen hat. Oder wir rennen mal Richtung, ähm, Feuerwehr, Green Mountain, mir egal. Warte, Feuerwehr, ach, äh, hier. Tower wird bestimmt wieder langheftig backen, oder? Ja, kann schon möglich sein, wenn da viele Leichen drin liegen. Ausland dead, oder? Nein. Oh, das richtig war. Ich pushe durch die Lagerhalle. Ja, Lagerhalle liegt eine Leiche. Aufpassen, der könnte hier noch in der Nähe sein. Hat der was? Nein. Ich pushe vor zu den Silos. Oh, scheiße. Ja, Ausdauer sowas von Game Over bei mir. Bei mir auch. Oh, shit. Ich glaube, ich... Ich glaube, ich schaue die... KLM weg, oder so. Da ist einer, oder? Wo? Wo? Hinter der Mauer. Was ist denn? Nein. Ich bin nur ein Busch. Okay, bin ready. Bex, ich komme zu dir. Komm, du hast einen Prisoner. Ist zu. Ich mache auf. Der steht an der Ecke. Wir müssen aufpassen, dass uns jetzt keiner von außen zieht. Ich pushe rein. Schüsse auf. Der ist oben, der ist oben. Kommt rein, kommt rein. Macht die Türe zu. Hat einen Hit. Ist dead, glaube ich, oder? Der liegt da. Pass auf, hier tickt's. Schüsse. Abgehen. Nein. Nein, nein, nein. Der ist... Ah, der ist oben drin. Ja. Shit, ich sehe nicht. Fantagierst du dich gerade, Bex? Ja. Ich glaube, sein Maid habe ich. Die waren, glaube ich, zu zweit, ne? Ja. Ist dead, ist dead, ist dead. Ich bin oben. Ich blute einmal. Ich pushe ganz kurz in den anderen Raum rein. Ist safe. Ich habe die Tür. Nice. Ich bandagier mich kurz, Jungs. Nice, perfekt. Ist doch schon mal ganz gut gelaufen. Aber den habe ich dann auch erwischt. Nice. Dann habe ich dir wahrscheinlich gleich voll den Header gedrückt. Oh, der hat mich ziemlich angeredet von oben. Ich gehe da durch die Spalte. Noch eine Weiger. Noch eine Weiger. Naja, sonst nichts. War relativ. Bambi. Er schießt da was? Nee, 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 das ist draußen. Okay. Das heißt, Rantrutsch jetzt von hier, ähm, in Tower, oder? Aber ich glaube, Tower wird schwer. Da kamen gerade die schweren Schüsse her. Tür geht auf. Dead. Nice. Bist du noch arg verletzt? Gelbes Leben. Ja, dein Körper, dein Charakter steht so komisch. Ach, das ist von die Pussy die rothaarige, Alter. Links am LKW und dann rein, geradeaus in die Garagen rein, oder? Ja. Okay. Ready? Du warst dran. Ja. Ich mache die Tür auf. Let's go. Im, 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 im Tower, im Tower. Der ist von oben runter. Ich bin drin. Ach, die Türe nennt uns zu. Ich bin in der Toilette. Von draußen durchs Fenster. Der geht zur Garage. Sollen wir mit ihm reden? Der will die ganze Zeit mit uns sprechen. Ich hab ihn erschossen. War das der? Ja, das war der. Ich muss mich verbinden. Ich hab rotes Leben. Was geht bei euch? Was geht bei euch? Hier ist einer. Ach, echt? Nein, das bin ich! Ey, echt? Boah, Becks. Das war ich. Du hast mich umgeblühten. Nein, warum hast du nichts gesagt? Ey, Juka. Juka, jetzt. Was hast du mir erzählt? Das war alles. Ey. Oh mein Gott. Nachdem ich dann von Aslan erschossen wurde, bin ich an der Zeltstadt gespawnt. Da hab ich dann auch einen Friendly Bambi gefunden. Grüße gehen auf jeden Fall an dich raus, guter Kollege. Ich hab wieder angefangen zu looten und wurde dann in der Zeltstadt wieder über den Haufen geballert. Das macht aber gar nichts. Ich loote jetzt einfach weiter, um wieder zu Becks und zu Aslan zu kommen. Ich hab ihn, hab ihn. Schnau ist. Stark. Ey, da schießt noch einer auf mich. So ein kleiner Sack, komm her. Wir schießen hier mit der Schropplitte. Sag Bescheid, wenn du reinkommst. Ja. Ja, sag Bescheid. Ich bin direkt neben deiner Leiche. Deine Leiche, ey. Die ist im Boden drin, versunken. Ich bin jetzt beim Prison. Ich push jetzt kurz rüber. Ich komm direkt durch den Haupteingang. Doppeltür. Vorsicht, ich komm. Äh. Jo, bin drin. Okay. Nice. Also, oben ist irgendwo auf jeden Fall jemand. Den machen wir alle. Ekkal. Scheiße, ich kann meine M4 nicht in die Hand. Hast du die M4 genommen? Echt? Ne, das war, das war Aslan. Ah, was mit den Typen hier? Ähm. Was, was, was für eine Waffe hast du denn? Äh, jetzt hab ich gerade eine KM. Willst du meinen, ähm, ähm, okay. Ne, ne, passt, 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 alles cool. Brauchst du Moni? Ähm, ne, läuft eigentlich noch. Ich bin jetzt tot. Ich bin jetzt tot. Einmal geht's noch. Ne, ne, ich hab, ich hab noch ein L.A., ja. Pass auf, Tür. Ich bin dead. Boah, deshalb weiß keine M4 mehr. Oh, richtig. Ich schlag gerade einen tot. Oh, Gott. Okay, ne, ja. Die Schüsse müssen eigentlich bei euch sein, ne? Also, direkt am, am Tower, ne? Ja. Ich hab aber jetzt erst wieder weißes Leben bekommen. Oh, die ganze Gelbeskraft. Wenn du da bist, gehen wir nicht direkt. Ah! Oh, Gott. Ich bin in der Garage. Okay, der hat mich einmal getroffen. Ich push rein, ich komm zu euch. Der wird jetzt wahrscheinlich hier reinlaufen. Ich komm in die Toilette. Oh, ja, komm. Danke. Uff. Gelbes Kreuz. Wollen wir nach oben? Würde ich sagen, die beste Möglichkeit, die wir jetzt haben, ist hoch, oder? Ja. Da kommt einer, glaub ich, oder? Aslan, 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 wir laufen. Bex, lebst du noch? Nee, getraded. Aslan, ich bin... Treppe, Treppe, Treppe. Wir gehen hoch. Ich bin Serverraum. Ja, über uns läuft noch jemand. Ich bin zweiter Stock. Scheiße, ich hab kaum Energie, Alter. Mein Kreuz ist immer noch gelb. Okay, ich push hoch. Ich push hoch. Ich stehe jetzt direkt vor der Türe. Ganz oben, Aslan. Ganz oben? Ja, ganz oben. Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich reinpushen soll. Da ist einer. Der kommt hoch, der kommt hoch. Boah, der knallt mir ab. Wir sind im Serverraum. Hast du ihn? Nein. Ah, scheiße. Okay, ich push rein. Oh, um Gottes Willen. Was geht denn hier ab, bitte? Ah, der hat mich, der Arsch. Recht mich. Lebt ihr noch? Ich nicht. Ich bin im Tower. Ganz oben. Ich glaube aber, über mir ist noch einer. Im Serverraum ist der, der nicht geteilt hat. Ja, im Serverraum ist noch einer, Becks. Vorsicht. Der bandagiert sich, glaube ich, gerade. Ja, ich habe den hart getroffen. Ich bin im Serverraum. Okay, dann ist er hier ein Stockwerk drüber, ne? In diesem Büroraum mit dem Server. Wollen wir beide Druck machen? Ich sehe ihn, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen. Der ist jetzt genau vor dir. Wenn du die Treppe hochläufst, ist er in diesem Büroraum, rechts an der Wand. Ich sehe dich auf der Treppe. Vorsicht. Ich glaube, der piekt auch nur um die Ecke. Okay, welcher? Die Tür geradeaus oder die am Eck? Geradeaus, geradeaus, sondern rechts am Fenster im Büro. Safe goal, dass der da ist. Ja, safe. Ich habe es gesehen. Du musst es links rein, ja. Warte, ich lenke ihn ab. Bei drei, okay? Eins, zwei, drei. Bist du durch? Der ist immer noch da, der pusht dich, der pusht dich. Nice. Perfekt. Oh, die Weiger, ne? Ich habe hier oben die Türen zugemacht. Also, über uns muss noch einer sein. Ich bin immer noch hier in dem Stockwerk. Wo bist du? Ah, da kommt einer, da kommt einer. Bambi, ich bin über dir. Bambi auf den Treppe. Was? Wir haben uns getradet. Weil wir beide zu schlecht waren, mit der Weiger. Bist du unconscious oder tot? Tot. Ich bin tot. Oh, scheiße. Leck mich doch. Ich habe keine Muni mehr. Ich habe keine Muni mehr. Ey, ich bin überraschend. Also, es ist ja ganz unten. Der ist ganz unten. Scheiße, der lässt mich nicht durch. Warte, warte, warte. Ich komme von oben. Sehen. Oder warst du das gerade? Ne, das warst du nicht tun. Nein. Arslan, okay. Der ist jetzt in dem Räumchen, wo du die Treppen hochkannst. Wo diese Holzpaletten stehen. Hab ihn. Ist dead, ist dead. Stark. Ja, ist dead. Ich stehe direkt auf der Treppe, nicht erschrecken. Ich stehe jetzt unten an der Türe. Bist du das, Arslan? Ja. Okay, nice. Hier liegt er. Ist auch in einer Minute wieder da. Ein bisschen scharf. Lass mich mal gucken. Ich kann nicht nachladen. Ich habe keine Macs. Ich habe mal kurz überall die Türe zu. Eing. Boah, aber hier ruckelt es jetzt übel. kurz in den dinger rein also ich gucke kurz ja das war ich ja woanders sind hier liegt es ganz schön präsent war aber auch nicht besser weiß nicht präsent ist einer trainer hat gerade die türe zu gemacht den könnten wir pushen wenn ihr wollt links links neben prüssen der will mich ist das ist das ich blute einmal hinter uns ist ein bambi verschwinde bambi ich blute einmal ich muss mich kurz hier verbinden pass auf hinter uns war ein bambi da wo ich den gerade erschossen habe nicht dass er seine waffe nimmt an der vorne läuft an der mauer naja ich bin am start wer ist da drin wer ist da drin wir sind im prüsen ja aufpassen ich glaube oben ist noch einer oder ja ist offen und ja machst du zu du stehst warte mal ich mache die türe zu du steckst du leckst hardcore ich verbinde dich so lang ich sehe dein charakter blutet ich glaube ich glaube bei dir schmerz gleich dinge anternet hol ihn hol ihn hol ihn ich verbinde ich bin dead scheiße was war denn da gerade los ich hab ihn hört ihn nicht ja ich jetzt höre ich dich ey was war das denn ey alter ich wurde in die wand gepackt naja in die treppe du kannst nicht mal schießen aber die aussehen hat er ja ich brauche ok bei mir ist offen ich sehe nichts ich gehe vor ich bin bei dir safe warte lass mich vor du bist nicht du one shot sondern dann ich ich pusch gleich geradeaus rein yo safe ist safe ist alles zu ja serverraum ist auch gut ok hier liegt menschenfleisch ich bin schon oben an der tür bin ready ja er sitzt bei der couch auf ihn ich gehe gleich links um die ecke ich gehe gleich links um die ecke ist gut ja ist safe safe tür rebounds er hat ne granate in da penne alter mein kreuz sowas von rot ich bin tot ich habe es gerade gesehen durch die wand durch die tür oh gott hatten die alle eine granate nein ok holy shit da sind zwei bombys gerade gleichzeitig reingerannt da hat einer die sporter ist dead der war unconscious ich muss nachladen komm lad nach ich habe so wenig life ne und ich lebe immer noch ich habe hier vier oder fünf leute gerade gekillt ok ich bin ich bin safe ich bin safe bis auf dass ich verblut habe oh gott passagier dich doch ich brauche erstmal ne waffe ok ok was was zur helle geht hier gerade ab die snipen von draußen rein scheiße ich glaube über mir ist einer der war hier drauf ist dead stark ich bin jetzt auf dem weg da steht vor mir der wollte der hat ne granate geschmissen boah gott stirb bitte nicht nice ich lebe noch stark der müsste umgefallen sein oder ich komm unten rein ich komm unten rein ja vorsicht ich weiß nicht ob der umgefallen ist ne der bandagiert sich du bist ganz oben ich bin ganz oben jetzt auf der treppe ich guck in das bürogebäude ja der bandagiert sich safe call der ist rechts wieder im büro drin ich push hat nochmal ein hit der ist links rein der ist links rein der ist links rein hab ihn nice ich hab eine schnittwunde und rot blinken des lebens komm hoch ja 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 mach du dich fresh mach du dich fresh ich halt die ich halt die treppe oh shit da drüben ist einer boah ich hab keinen sniper ne wo denn auf dem anderen gibt es spoiler ahja ich seh armsehig alter armsehig armsehig bambi ohne waffe ist okay wieso kriegt der denn keinen hit hab ihn dead ne nicht dead jetzt aber ich bin dead aber den drüben hab ich bist du dead? ja dead oh scheiße okay wir wären dann schon wieder am ende von diesem video lasst mir auf jeden fall eine Bewertung da vergisst auf jeden fall nicht daisy kill of the week schickt mir eure clips zu freue mich darauf megamäßig und in diesem sinne bleibt geschmatig bis zum nächsten mal tut wo dude war w war wie w bei w wo w w w w w Untertitelung des ZDF für funk, 2017